Wir haben 1574 Rollen für den guten Marcel, der morgen erst Geburtstag hat, aber jetzt im letzten Jahr, vor dem neuen Lebensjahr sozusagen, sollt's ja nochmal richtig gönnen, heute. Und ich würde sagen, da drücken wir doch alle Daumen, die wir haben, Freunde, und starten rein. Let's go! Äh, ist das was? Ist das? Das ist was! Uh! Ja, schau mal, einer, guck, wen haben wir denn da? Ämba! Lecker! Äh, nächste Lightning. Oh! Oh, schon wieder neu! Schon wieder neu! Rieke hat er schon, aber Sairos noch nicht. Feuermonster. In dem Fall hat er Bessing mal was Gutes rausgeworfen. Ihr kennt das ja auch, weil es gibt ja immer Leute, die sind die Viertel vor und es gibt die Dreiviertelfraktionen. Das ist halt so. Add is, wie it is. So, mehr Jungen fahren. Äh, wir skippen nie, sonst hätten wir den ja geskippt. Das haben wir ja nicht gemacht. Das ist ein Poseidon. Nächste Lightning. Oh! Das ist das, was ich sagte gerade noch. Jetzt kann's auch passieren, dass du Doppeldupes bekommst. Und da sind die Doppeldupes. Und beide sind nicht so geil, dass man die Dupe haben will. Also der rechte ist Omega Lost, den willst du nicht mal einmal haben. Und den linken, linke Babsi brauchst du eigentlich auch noch einmal. Mhm. Oh! Ladekreis. Das ist eine Sierra. Jetzt muss Fielinchen ganz schön stark sein. Eieieiei, die tut weh. Und wahrscheinlich ist die auch noch doppelt, ne? Das ist so ein Ding, ist das wieder. Ich glaube schon, Krodos, dass du recht haben wirst. Bestimmt. Und... Oh! Oh! Ach nee, warte, now! Ich dachte schon, dass es Oliver ist. Aber es ist der Slayer. Ich dachte, das ist der neu. Was ist mit dem? 10er Summons sollten so verbessert werden, dass sie schneller sind, als wenn ich sie manuell beschwöre. Das wäre zum Beispiel eine Änderung. Und kaum reden wir hier, kommt ein Net5. Und die ist ziemlich nice. Oh! Back to back. Oh! Nächste Slayer. Bock, nein. Bock, ja! Der ist ziemlich nice. Ja. Oh! Sid Nana. Oh! Oh, die ist huge. Die ist big. Würde Noah sagen. Die ist big. Die war neu. Oh Gott, die ist richtig süß, ne? Eieiei, ei. Nächste Lightning. Oh, ein Net5. Bellen, oh, Bellenus war sogar neu, glaube ich. Der ist sogar neu. Der habe ich vorhin sogar vorgelesen, dass der noch fehlte, der Bellenus. Dementsprechend haben wir schon wieder ein neues Net5. Oha! Nr. 10. Mal wieder interessant, wie unterschiedlich der ist. Oh, ich glaube, der ist auch neu. Xing-See. Der ist auch neu. Oh, schon wieder ein Net5. Wow, aber die mystischen Rollen, die gönnen heute. Also, da kannst du dich nicht beschweren. Das letzte, den letzten Shooter, den ich irgendwie aktiv gespielt habe. Über, wegen Landpartys. Ich war nie gut darin. Hatte. Alter. Ist sie das? Oh mein Gott. Es ist Coco. Ey, wir haben freaking, wir haben heute freaking Nana gezogen. Und Coco? Was läuft hier für ein Film? Obwohl morgen erst Geburtstag ist. Morgen erst Geburtstag ist. Wir müssen hier die Blitzbrille, ne? Wir brauchen die Blitzbrille für bessere Blitze. Und zack, schon hat es funktioniert. Imagine, er setzt die Brille auf und da kommt ein Net5. Geil. Drückt die Daumen. Möge es blitzen. Wir hauen ab. Erster Ladekreis. Oh mein Gott. Erstes LD5, Freunde. Danke fürs Daumendrücken, Freunde. Let's freaking go. Striker, da ist er. Jawohl. Der Name. Guten Abend, Hallöchen. Dein Name ist echt stark. Och Gott, ich dachte gerade, es war die Dark, ne? Miriam. Äh, nicht Miriam. Wie heißt sie? Madeleine. Madeleine. Die ist auch nicht so bad. Die nutzt man sozusagen in den Riftbeestern. Mach mal noch einen AD5, schreibt Tründer. Alles klar? Nee, das wäre jetzt gewesen, Tründer, ne? Eieieieiei. Das muss ich bei dir mal öffnen lassen. Äh, der war Halle der Helden, ne? Ich glaube, zwei Ladekreise wären noch offen, ne? Einmal vier Sterne Lichtmonster. Das könnte das jetzt sein. Jawohl. Vier Sterne Lichtmonster. Und der nächste Ladekreis würde bedeuten Dark-LD-Net5. Just saying. Ähm, nächste Lightning. Uh, ein Heri. Usable. Jetzt noch ein Ongiuki. Jetzt noch Ongiuki. Und was ist geiler als ein LD-Net5, Junge? Also, das ist O. O-o-kay. Eva. Hm. 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 Tö-o-kay. Tö-o. 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 Untertitelung des ZDF, 2020